Hallo liebe Studentin, hallo lieber Student, wir sind weiter im DSH Vorbereitungskurs zum Thema Artensterben, Abschnitt 3, wir üben das Hörverstehen. Sie können den Text als Lesetext nachlesen im DSH und Studienvorbereitungsbuch 2020 vom Fabuda Verlag von Klaus Lodewig. So, ich werde Olga jetzt die Fragen stellen, den Text hat sie schon gehört und wir beantworten gemeinsam die Fragen 9 bis 11. Nummer 9, Olga. Ist das Aussterben von Arten ein unnatürlicher Vorgang? Nein, das Aussterben von Arten ist im Verlauf der Evolution normal. Nochmal, Olga, hier fehlt dann das Fragezeichen, ja? So, nochmal, das Aussterben. Das Aussterben der Arten ist im Verlauf der Evolution normal. Ganz normal, ja. Ein ganz normaler Vorgang. Das darf es immer und wird es immer geben. Ganz normal. Prima. Nummer 10, Olga. Sind in der Vergangenheit mehr Arten ausgestorben, als heute insgesamt existieren? Ja. Die Zahl der ausgestorbenen Arten ist größer, als die heute lebenden. Existierenden oder lebenden Arten, ja? So schreiben Sie die Antwort nieder. Die Zahl der ausgestorbenen Arten ist größer, als was? Als die heute lebenden oder existierenden Arten, ja? Die Zahl der ausgestorbenen Arten ist größer, wahrscheinlich viel größer, als die heute lebenden Arten. Gut. Und dann Frage Nummer 11, da fehlt auch das Fragezeichen. Fragezeichen. Ah, ne, nennen Sie, Entschuldigung, ja, Entschuldigung. So, nennen Sie zwei Gründe für das Aussterben der Arten. Drei Gründe im Text angeführt. Es reichen zwei Gründe. Erster Grund ist, die Arten sterben durch Klimaveränderung? Die Arten sterben einmal durch Klimaveränderung? Und zum anderen? Und weil sie Konkurrenz nicht passen an natürliche Feinde? Ja, so kann man das nicht sagen. Die Arten sterben durch Klimaveränderung und dadurch aus. Warum? Warum? Weil sie sich, sie sich, woran, an die Konkurrenz, an die Konkurrenz, welcher Feinde? Natürliche Feinde nicht anpassen konnten. Ja, nicht anpassen konnten. Die Arten sterben durch Klimaveränderung, das ist ein Grund. Und dadurch aus, weil sie sich an die Konkurrenz, natürlich herre Feinde, nicht anpassen konnten. So, danke, Oigan. Bitte.